Eurer Namen und eure Heimat. Eishockey ohne Nachwuchs ist wie Isar ohne Wasser. Servus, ich bin der Niki Hörmann. Ich habe jetzt vor knapp 13 Jahren angefangen mit dem Eishockey in Tölz. Seitdem ist mein Traum, bei den Tölzer Löwen in der ersten Mannschaft zu spielen. Servus, ich bin der Anton Engel und ich bin mit 14 Jahren aus Seerfahrt nach Tölz gekommen. Anfangs bin ich nach Tölz gekommen, weil ich immer von der guten Nachwuchsarbeit in Tölz gehört habe und auch viele Tränen aus Seerfahrt damals zu meinten, ich sollte es mal in Tölz versuchen. Ich bin jetzt so froh, dass ich jetzt den Sprung ins Profi-Eisby geschafft habe in Tölz. Euer Name. Unsere Heimat.